Hey Leute, das ist ganz Höram. Willkommen bei WTN Germany. Rose Mittermeier, Kreuz 72, hat offenbar einen harten Kampf hinter sich. Erst gestern wurden traurige Nachrichten rund um die Schierenläuferin bekannt. Ihr Mann und ihre beiden Kinder verkündeten, dass sie im Kreise ihrer Familie friedlich verstorben sei. In ihrem Statement gaben sie bereits an, dass die Sportikone an einer schweren Krankheit gelitten habe. Jetzt kamen genauere Details ans Licht, Rose war offenbar an Krebs erkrankt. Bild will nun genaueres über den Gesundheitszustand von Goldrose vor ihrem Tod erfahren haben. Angeblich wurde schon vor einem halben Jahr Krebs bei der Wintersportlegende diagnostiziert. Als sich dann jedoch abgezeichnet hatte, dass es keine Chance auf Heilung gibt, habe Rose zu Weihnachten das. Wenn du in Deutschland bist, dann schreibt uns auf die Schöne und schreibt uns auf die Schöne und die Schöne und die Schöne. Vielen Dank für die Schöne und die Schöne. Vielen Dank für die Schöne. Vielen Dank.